Alles, was jetzt passiert, nehme ich in Zeitlupe wahr. Ich verstehe, dass ich das hier auch nicht verstehe. Von denen, mit denen ich gekommen bin, ist keiner mehr da. Wir können dir helfen. Wirklich? Erlich! Er hängt das Poster an die Wand. Das Poster hängt an der Wand. Er stellt den Mann auf den Schreibtisch. Meine Tür habe ich abgeschlossen, als wäre es das letzte Mal. Der Mann liegt auf dem Schreibtisch. Und nur damit ist ne halbe Sekunde. Er läuft hinter ihn. Er steht hinter ihm. Sie heißt irgendwie und frag mich, was geht sonst so. Er hängt das Poster über die Tour. Ich sag nicht so viel, ich geh nur gerade verloren. Das Poster hängt über der Tour. Er setzt sich neben dem Mann. Und hier, schön, dass ihr gut auf euch schaut passt, doch... Er geht in das Zimmer. Ich bin auf dem Schreibtisch. Ich bin auf dem Schreibtisch. Ich bin auf dem Schreibtisch. Sie laufen vor... ...die Fenster. Er steht vor der Fenster. Ich verstehe jetzt, ich will versuchen! Und nur damit ich ne halbe Sekunde später vergessen hab... Er läuft zwischen die Jungen. Er ist bisschen nervig und fragt was... Er steht zwischen den Jungen. Wunderbar! Dankeschön, auf Wiedersehen! Tschüss, wir haben Glück! Es gibt keinen Sinn! Ich kann jetzt nicht genug kaum werden! Scheiß drauf! Ich bin einfach nur jetzt und hier! Ich hoffe es ist eineter. Ich hoffe es ist eineter. Er ist eineter. Ich hoffe es ist eineter! Was ist ein Blüber? Das ist ein Blüber? Ja, ich bin. Was ist das? Ey, der Balltunscher. Ich bin. Ja, ich bin. Das ist ein Blüber. Das ist ein Blüber. Das ist ein Blüber. Ich habe nur...